Wir können auch Deutsch lernen durch unterschiedliche Sprachen. Das Fachzentrum Mehrsprachigkeit wurde gegründet mit der Absicht, Mehrsprachigkeit, Sichtbarkeit und Mehrwertschätzung gesamtgesellschaftlich zu bringen. Wir sind da, um die Familien zu begleiten mit ihren Fragen. Wie mache ich tatsächlich, um meinen Kindern meine Sprache weiterzugeben? Wie machen wir zu Hause, wenn wir vier Sprachen zu Hause haben? Und ist das nicht zu viel für unsere Kinder? Also mit solchen Fragen beschäftigen wir uns. Gleichzeitig sind wir auch Anlaufstelle für Fachkräfte, pädagogische Fachkräfte, ErzieherInnen, die auch Fragen zur Mehrsprachigkeit haben. Denn nicht nur im Raum Frankfurt, deutschlandweit ist es einfach eine Realität, dass Mehrsprachigkeit in den unterschiedlichen Zuhause vorhanden ist. Viele kommen halt mit Fragen zum Thema Mehrsprachigkeit. Wie kann ich in meiner Einrichtung die Mehrsprachigkeit der Kinder mit einbeziehen? Was kann ich Eltern raten, wenn sie ihre Kinder mehrsprachig erziehen? Hindert die Mehrsprachigkeit das Erlernen der deutschen Sprache? All diese Themen sind ja Themen, die auch pädagogische Fachkräfte beschäftigen. Wir haben auch viel zu tun mit Haltungen. Also wir sprechen über Sprachenvielfalt, Mehrsprachigkeit. Und manche Leute kommen zu uns auch mit Vorurteilen, mit dem denken, dass die Sprachenvielfalt manche Sprachen als Nachteil sind. Was kann man dagegen unternehmen? Und deswegen müssen wir ganz, ganz viel mit den Haltungen von den Leuten arbeiten. Für mich als Bundesgeschäftsführerin ist das Fachzentrum Mehrsprachigkeit ein ganz besonderes Projekt, weil wir das jetzt eben schon seit drei Jahren haben und sich das wirklich hier etabliert hat, also sowohl im Stadtraum Frankfurt als eben auch bundesweit. Und wir immer wieder feststellen, dass dieses Thema Mehrsprachigkeit noch gar nicht so angekommen ist. Ich finde, Mehrsprachigkeit ist auf jeden Fall ein Thema, was uns alle betrifft, was auch hier in der Stadt oder in ganz Deutschland einfach eine Riesenrolle spielt und wo wir uns alle mit beschäftigen sollten. Und trotzdem ist es wichtig, gerade für die Zielgruppe, die uns besucht, einfach auch das richtige Angebot zu finden. Und da müssen einfach Zugänge geschaffen werden. Wenn wir auf Spanisch oder Italienisch mit unseren Kindern reden, können diese Kinder auch sehr gut Deutsch lernen. Aber das ist eine Herausforderung, weil natürlich Eltern nicht wissen, wie man Kinder mehrsprachig erzieht. Diese sind alle Themen, die eigentlich sehr wichtig in der Gesellschaft sind. Es geht nicht nur um die Forderung der Mehrsprachigkeit, es geht um die Forderung der Mehrsprachigkeit in unterschiedlichen Gebieten. Und dieses Faktzentrum ist eigentlich ein Unikum, weil es eigentlich unterschiedliche Akteure kennt. Und sie stellt alle diese Akteure zusammen. Wir bekommen eben oft dieses Feedback, Ach ja, Mehrsprachigkeit bedeutet Deutschförderung. Das bedeutet das eben gerade nicht. Beziehungsweise auch, aber es bedeutet eben viel mehr. Nämlich, dass eben die vielen Sprachen, die Kinder und Familien sprechen, anerkannt werden. Und nicht unbedingt, dass Deutsch oder auch eine andere Sprache im Vordergrund stehen muss, sondern dass eben dieses Miteinander von verschiedenen Sprachen gewertschätzt wird. Sowohl in der eigenen als auch in der Fremdwahrnehmung. Für mich wäre das einfach super wichtig, dass solche Projekte einfach auch eben weiter gefördert werden. Immer nicht nur für einen bestimmten Zeitraum, weil davon lebt ja auch unsere Kooperation letztendlich. Wir würden uns freuen, sowas zum Beispiel einfach einmal im Quartal anbieten zu können, weil wir auch immer wieder eine große Fluktuation hier haben, neue Familien kommen. Und dann wäre das einfach sehr, sehr schade, wenn das dann nach einem Jahr beendet ist und man wieder schauen muss, wo finde ich ein ähnliches Projekt oder wie kann ich eben wieder jemanden finden, der uns hier im Bereich Mehrsprachigkeit unterstützt. Deswegen wäre das für uns sehr, sehr wichtig, wenn das einfach eine längere Laufzeit hätte, um da einfach auch länger in Kooperation zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.